Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Heimatschein und Niederlassungsausweis In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Heimatschein und dem Niederlassungsausweis. Der Heimatschein ist ein amtliches Dokument, in dem die Personendaten stehen. Schweizer Bürgerinnen und Bürger brauchen den Heimatschein, um sich in der Wohngemeinde anzumelden. Der Heimatschein bleibt bei der Wohngemeinde deponiert. Als Bestätigung erhalten Sie den Niederlassungsausweis. Wo erhalten Sie Ihren Heimatschein? Schweizer Bürgerinnen und Bürger können den Heimatschein beim Zivilstandsamt Ihres Heimatortes bestellen. Bitte beachten Sie, der Heimatort ist oft nicht gleich Wohn- oder Geburtsort. Der Heimatort ist jene Gemeinde, in der Sie das Bürgerrecht erhalten haben. Ihr Heimatort ist in Ihrem Pass, auf der Identitätskarte, dem Geburtsschein oder der Einbürgerungsurkunde ersichtlich. Wann brauchen Sie einen Heimatschein? Umzug Sie sind Schweizerin oder Schweizer und Sie ziehen neu in die Stadt Bern? Dann müssen Sie sich innert 14 Tagen bei den Einwohnerdiensten anmelden. Dazu müssen Sie Ihren Heimatschein hinterlegen. Das gilt auch, wenn Sie von Bern wegziehen. Dann müssen Sie sich in der neuen Wohngemeinde anmelden. Sie finden die Adresse und die Telefonnummer des Einwohnerdienstes in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Volljährigkeit Die Einwohnerdienste melden sich, sobald jemand 18 Jahre alt volljährig wird. Neuer Zivilstand und Namen Ändert sich Ihr Zivilstand oder Ihr Name, dann brauchen Sie einen neuen Heimatschein. Sie müssen den neuen Heimatschein innert 60 Tagen bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bern hinterlegen. Sie finden die Adresse und die Telefonnummer des Einwohnerdienstes in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Einbürgerung Sie finden die Adresse und die Telefonnummer des Einwohnerdienstes in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Sie finden die Adresse und die D книg fick, wenn man die Adresse nicht hinwecheinander macht. Sie finden die Adresse, wenn B kissоре. Und dann wäre das Einwohnerdienstes in einer Ahnung. Vielen Dank.